Hallihallo, Hallöchen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, freut mich. Heute habe ich für euch eine Runde im schwedischen Emil II in Erlenberg. Anhand der Stats könnte es eine gute Runde werden, ich würde einfach mal sagen wir gucken uns die mal an. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's, auf ins Gefecht. Erlenberg hatte ich mit der aktuellen MEP, glaube ich, noch nicht auf meinem Kanal, das ist sogar eine Premiere jetzt. Doppelt schön. Ja, wie wir sehen, 13er und ich bin im Mittier, also schon mal nicht unbedingt verkehrt. Also da hatten wir schon mal ganz gute Aussichten. Gegner Typ 5 schwer, ziemlich eklig, Jogdpanzer E1 runter, das kann alles nicht gerade viel Spaß machen, wenn die einen gegenüberstehen. Gerade der Typ 5 schwer mit seiner ekligen HE, das kann schon hässlich sein. Könnte hässlich enden. Könnte. So, los geht's hier. Ich entscheide mich, standesgemäß auch mit meinem Emil II in die Stadt zu fahren. Können wir durchaus auch eine der beiden anderen Seiten wählen. Aber ja, ich bin Heavy Tank und fahren nicht viele in die Stadt, habe ich jetzt auch wieder feststellen dürfen. Aber ich habe mich am Ende dann trotzdem entschieden, reinzufahren. Ja, mal gucken, was geht. Schauen wir mal. Rüben geht der TVP auf, das ist schon mal gut. Ja, wobei, der kommt eh nicht in die Stadt, also von daher. Wir werden eh gleich auch irgendwas ekliges treffen. Ja, der OO ist hier. Und die ersten Murmeln gingen ins Ziel. Und schon haben wir unseren ersten dreimal Schaden gemacht, also so kann es weitergehen. Könnten wir unser Magazin gut einbringen und jetzt müssen wir erstmal wieder nachladen, ganz gemütlich. Jetzt kommt ein Mäuschen, der Minimap, seht ihr das? Und ein AMX-4. Ja, okay, die haben auf mich gewartet. Der Move war leider nicht ganz so der Riesenreifer. Na ja. Ja, die Frontes AMX ist sehr hart. Ja, und jetzt? Ja, auch der zweite Schuss war leider nicht so optimal platziert, also ich wollte schon auf die Schräge schießen. Aber ja, ich muss so schnell wieder zurück, weil dieser eklische Typ 5 Schwer macht böse Aue mit seiner HE. Da wollte ich mich nicht treffen lassen. Ihr seht schon, beim AMX müsst ihr genau ziehen, also auf die Schräge da vorne an der Wanne, wenn ihr ranschießt, kommt er ganz gut durch, auch ohne Premium. Ich lade jetzt zwar Premium, aber warum lade ich Premium? Ja, das WOT, das liebe WOT-Spiel macht es uns möglich, weil ein toller Typ 5 Schwer vor uns steht. Ja, da guck ich ein bisschen meinen Panzer an der Weile. Kann ich ja... So, jetzt geht's weiter. Oh, gespottet. Hat einer geschossen, also schieb ich erstmal zurück. Allerdings war der... Ich hab ihn schon ein bisschen blöd eingegeben lassen, muss ich schon zugeben. Aber naja, gut. So, noch eine für den Typ 5, die wieder auf die Panzerung ging. Nicht durchgeschlagen. Ja, stand ein bisschen ungünstig seitlich da. So, dann hab ich jetzt an mir gedacht, der T10 ist weg. War eigentlich fast klar, aber so wie der da stand gegen diese drei ekligen Heavys. Für mich heißt es, Beine die Hand nehmen. Rückzug, weg hier. Sonst geht es edel aus mit dem E-Mail 2. Oh, aus dem Weg, Achtung. Also, bessere Defense-Position und mal gucken, ob wir irgendwas ausrichten können. So ist der Plan. Auf der linken Seite hat unser Team den Burschbruch geschafft. Oh ja, das ist ein Pixelshot, ein schöner. Aber jetzt kommt er hoch. Und dann, wo geht der Schuss hin? In die Ketten. Und was macht er? Null Schaden. Ja, das liegt halt daran, weil ich eben nicht richtig geschossen habe. Und eine Premium drin habe. Aber gut, bei einem Magazin von Premium-Kugeln kann man eben nicht einfach mal umladen. Das geht halt nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich dann nochmal umgeladen hatte. Ich glaube schon. Ja, aber der Typ 5 ist halt noch da. Das ist eben so. Blödheit. Ich habe halt gedacht, jetzt kommt die Spotten nochmal den Skorpion. Hat es leider nicht geklappt. Ja, jetzt gehe ich wieder auf. Also irgendwo scottet mich hier einer. Der T49 vermutlich. Der hockt da irgendwo noch im Gebäsch. Der sieht mich halt. Da kann ich nichts dagegen machen. Das Mäuschen schön seitlich. Oder Typ 5. War mein Gedanke. Aber die Kameraden sind ja auch nicht ganz so blöd. Die sehen mich ja. Ich werde ja gespottet. So. Da eben die Kollegen da drüben sich nicht wirklich zeigen, dachte ich, jetzt komm, jetzt machst du ein bisschen Druck. Fährst du da seitlich ran. Versuchst mal, ihn irgendwo in die Seite zu schießen. Jetzt geht er raus vom 113er getötet. Also sehr schön. Zehner gegen Zehner ist immer gut. Spielstand 9 zu 4. Also sieht alles ganz locker aus, glaube ich jetzt. Jetzt kommt der T49. 440. Auto eben. Handvisiert. Feind vernichtet. Ja, so muss das sein. Aber ich meine, klar, ich schieße mit Auto eben jetzt. Ähm. Ich habe Premium. Ich habe keine Premium mehr drin. Ah, okay. Okay. Na gut, okay. Das war vielleicht ein bisschen übermotiviert. Aber naja. Jetzt muss ich eh erst mal wieder nachladen. Und warten. Und warten. Dann hätte ich vielleicht auch mal zielen können auf den 50 TP. Aber naja. Es gibt schöne Spottingpunkte. Leider, das muss ich dazu sagen, falls sich einer gewundert hat, die Spottingsachen zeigt es mir leider nicht an. Aber ich habe schon einigen Spotdamage sprint mittlerweile gemacht. Irgendwas stimmt mit der Anzeige nicht mehr. Das Replay ist noch von der letzten Version. So, 14 zu 5. Der Jagdpanzer wurde auch vernichtet. Jetzt fehlt nur noch der Udes. Und dann haben wir es. Und der kleine Udes steht netterweise direkt vor mir. Und ich konnte nochmal eine Kugel verwerten. Und damit ist das Spiel gewonnen. Super. Schauen wir nochmal aufs Gefechtsergebnis. Wenn wir uns den detaillierten Report anschauen, dann fällt uns eins gleich mal auf. Jawohl. Eine Erfolgsmarkierung gab es noch oben drauf. Sieht irgendwie schöner aus neben dem Panzeras. Jawohl. Panzeras war es nämlich gewesen. Dann gibt es noch Speer, Handgottes, Schläger und Wirkungsfeuer. Ja, so wie die Medaillen. Ganz toll. Hier aber die drei Anleihen, die sind super. Und Spartaner. Wer eben mit weniger als 10% Strukturraum läuft und dann noch Bouncer bekommt, der kriegt eben die Spartaner-Medaille. Und dann, ja, Wachposten. Hm. Scouten der Heavy Tank. Funktioniert auch manchmal. Ihr seht es ja hier. Manchmal schafft ihr es eben auch mit dem Heavy Tank eine Wachposten-Medaille zu erlangen. Ist schon ein Stück her, aber ich hatte mal mit dem IS-6 eine ähnliche Runde. Da hatte ich auch die Wachposten-Aufzeichnung geschafft. Ist auch auf meinem Kanal. Müsst ihr ein bisschen runterscrollen. Irgendwann findet ihr dann die Runde. Die war auch nicht schlecht. Die war, wenn ihr das besuchen solltet, auf Wadi. Also könnt ihr ruhig mal gucken. Die war auch nicht verkehrt. Team-Score. Ja, 3100 Schaden. Zwei Kids. Zwar bloß, aber es war eben fürs Team gut gescoutet. Da gibt es eben dann auch schöne Punkte. 1300 Punkte. Mal gucken. Hier. 5700 Schaden ermöglicht mit einem Emil II. Also das hat schon mal richtig gefetzt. Das war schon mal klasse. So macht es halt auch Spaß zu spielen. Also nicht immer bloß maximal Schaden. Auch Spotten bringt auch viele, viele Punkte. Ja, 19 Mal geschossen. Ja, okay. Die Anzeige ist geschrottet. Keine Ahnung. Wir haben ein paar Mal auch getroffen. Denke ich. Ja, und ein Premium gespielt. Und dann, hm, Minus. Waren ein paar Premium-Murmeln dabei. Da kommt halt auch ein bisschen was im Minus raus. 7 Minuten 16 ging es. 4.000 Forschungspunkte habe ich gemacht. War schön, weil es war ein Zweifach-Bonus. Da freut man sich dann durch dann umso mehr. Damit sind wir am Ende unseres Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, euer Daumen hoch würde ich mich freuen. Und über euer Abo würde ich mich noch viel mehr freuen. In diesem Sinne, macht es schön gut. Bis zum nächsten Video und ciao.